Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevoda und heute würde ich Ihnen gerne einmal unser neues Videoprogramm vorstellen, dass wir Sie jetzt einmal wöchentlich mitnehmen, Ihnen die interessantesten Entwicklungen der Märkte hier mit zeigen und vor dem Hintergrund wäre es natürlich super, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dass Sie auch keines dieser nächsten Videos mit verpassen. Um was geht es genau? Wir schauen uns einfach an, wo sind denn große Investoren in den Markt gegangen? Was ist denn in dieser Woche Aktuelles passiert? Welche Werte haben jetzt überperformed, die jetzt deutlich besser als der Markt gelaufen sind? All diese Sachen wollen wir uns im Detail einmal anschauen, so dass Sie das immer aktuell zur jeweiligen Woche hier mit an die Hand bekommen und weitere Informationen finden Sie natürlich wie gewohnt auf unserer Webseite, wo Sie sich auch für aktuelle Webinare oder ähnliche Veranstaltungen anmelden können. Von daher schauen wir jetzt direkt mal auf den Bildschirm und werden uns mal die interessantesten Titel hier gemeinsam anschauen. In der vergangenen Woche hatten wir auch wieder einige interessante Titel hier bei uns auf dem Schirm, was Sie auch regelmäßig in den jeweiligen Live-Schaltungen mitverfolgen können, um Ihnen nur einmal einen kleinen Eindruck zu geben. Was letzte Woche besonders interessant war, hatten wir zum Beispiel hier den Wert von Blackberry. Blackberry mit einem Riesensprung über 9 Dollar in der letzten Woche. Wir gehen davon aus, dass sich das jetzt hier ein Stück weit auf dem Niveau ja zwischen 9 und 8 Dollar höchstwahrscheinlich etwas beruhigen wird, also nicht von großen Anstiegen in der Form haben hier für Blackberry eine spezielle Optionskombination eröffnet. Auf jeden Fall Blackberry aktuell ein ganz interessanter Wert, auf den man auf jeden Fall mit achten sollte. Wir hatten glaube ich schon vor zwei, drei Wochen das letzte Mal schon über Tesla gesprochen. Wenn Sie sich nur zurückerinnern, da ging es darum, dass wir hier in dem Ausbruch über 500 Dollar aktuell sehen. Der ist eine lange Geschichte, kann man sagen. Wir hatten gestern, wie Sie links ganz gut im Chart sehen können, ein neues Allzeithoch bei Tesla mit 600, ja weit über 640 Dollar war das, 646 Dollar. Man sieht die Allzeithöchststände immer ganz gut an diesen blauen Punkten, die Sie hier auf der, über der Kerze jeweils sehen und auch letzte Woche hat sich hier einiges angebahnt. Auch die Aufnahme in den S&P 500, wo natürlich dann auch je nach Hedgefonds Manager einige andere Tesla mehr gewichten müssen in ihren Portfolios, hat sich auch nochmal ein positives Signal gebracht. Hier sind wir etwas konservativer angegangen, dass wir einfach sagen, Tesla bleibt jetzt über diesen 500 Dollar. Es gibt sehr verschiedenste Strategien und wie gesagt, für all das würde uns freuen, wenn Sie auch gerne mal bei der Live-Schaltung reinschauen, weil dann sehen Sie das nicht erst nach zwei, drei, vier, fünf Tagen hier auf dem YouTube-Kanal, sondern können das Ganze live mitverfolgen. Ja, bei Tesla glaube ich, dass die 500 Dollar Marke dann auch bis zu Weihnachten auf jeden Fall halten sollte. Mal sehen, welche Höchststände wir bis dahin noch erleben. Bleibt auf jeden Fall ein ganz interessanter Wert, den man mit Sicherheit hier weiter beobachten sollte. Ein anderer Wert ist das Symbol CX. Mit dem Namen CEMEX, Wert aus Mexiko. Und hier gab es auch einiges an erhöhten Optionsvolumen. Können das hier nochmal ganz gut darstellen. Was wir hier vor allen Dingen auf der Call-Seite sehen, das waren Volumen hier, die bis zu 160.000 auf der Call-Seite gingen. Also man spekuliert auch hier auf einen weiteren Ausbruch. Das war relativ langfristig, jedenfalls für Options-Trades. Das ging hier bis in den April rein, dass man hier auf weitere Steigungen deutlich über die 5,50 Dollar Marke setzt. Und ja, hier gab es auch eine ganz spezielle Optionskombination, die uns selbst bei Seitwärtsbewegungen hier einen guten Gewinn bringt. Stichwort Calendar Call. Also CX, auch ein weiterer Wert, der in der letzten Live-Schaltung hier besonders aufgefallen ist. Und den letzten Wert, den ich Ihnen noch vorstellen möchte, das ist auch der, der glaube ich so kurzfristig gesehen den größten Gewinn mitbringen kann. Da haben wir einen Wert aus dem Halbleiter-Segment. Taiwan Semiconductor mit dem Symbol TSM. Hier gab es auch einiges an erhöhtem Call-Volumen, was wir in der Form genutzt haben und uns auch hier für einen Einstieg entschieden haben. Leider ist der Wert heute schon wieder ein kleines Stück zurückgekommen. Aber ja, aktuell waren wir heute über 100 Prozent bei dem Long Call bis 18. Dezember auf 108 im Gewinn. Den Wert hat es ja zwischenzeitlich schon mal erreicht. Also da ist auf jeden Fall noch einiges Luft nach oben. Zumindest jetzt im kurzfristigen Bereich, dass wir vielleicht da bis zum 18. Dezember auch noch die ein oder andere weitere Aufwärtsbewegungen sehen werden. Ja, das mal soweit für den Moment. Und für weitere Infos, weitere Signale können Sie sich gerne direkt auf unserer Homepage im Bereich der Live-Schaltung registrieren. Das heißt, dort kann man sich das Ganze auch einmal einen Monat kostenlos mit anschauen. Ich möchte zum Schluss Ihnen kurz noch mit zeigen, dass Sie auch wissen, wo Sie das Ganze finden. Wenn Sie hier direkt auf der Webseite sind, dann können Sie in der Form direkt auf Seminare und Webinare gehen. Dann finden Sie den Bereich Live-Schaltung und können sich hierfür auch dann einmal kostenlos registrieren. Also das, wie gesagt, im Bereich Seminare und Webinare. Dann dementsprechend hier die Live-Schaltung auswählen. Ansonsten vielleicht kurz eines zum Abschluss. Und zwar finden Sie auch weitere Informationen zu einzelnen Werten, wie zum Beispiel hier Tesla oder wir haben ja General Electric sowie Pfizer auch in den letzten Videos gesprochen. Dann dementsprechend auf dem Blog in der jeweiligen Sprache, wie Sie es benötigen und können da auch nochmal weitere Informationen nachlesen.